Moin, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play NS17 Nordfriesische Marsch 4-fach-Map Version 2.0 ohne Gräben. Wir sind dabei erstmal unsere ganzen Tiere hier zu versorgen, die wir hier so auf der Karte haben. Dafür fahre ich jetzt hier mal runter. Was wir auf jeden Fall auch machen müssen, wir müssen Grasballen machen. Ich möchte eigentlich gerne auch ein paar Heuballen machen. Ja, mal gucken. Erstmal will ich hier meine Tiere versorgen. Während alles andere so vor sich hin wächst. So, was haben wir denn hier? Wie ist denn hier der Stand? Wie viele Tiere haben wir denn überhaupt hier? 80 fast. So, Kraftfutter ist nicht mehr viel. Oh, das ist hier eine Menge. Silage geht. Oh, kein Kraftfutter mehr. Silage dafür noch ganz ordentlich, okay. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch an Ballen haben. Dass wir hier erstmal alles vernünftig versorgen. Wir haben hier zum Beispiel ja keine Strohballen, achso, Strohballen liegen da drin. Klar, logisch, die können wir mal rausholen. Machen wir mal drei Ladungen. Ja, schon ein cooles Lager. Kann man nicht anders sagen. Damit fahren wir jetzt einmal durch die ganzen, oder ein paar Mal durch die ganzen, äh, richtigen Stelle, je nachdem, wie viel wir da brauchen. Ich glaube, da passt schon eine ganze Menge rein. So, wie viel haben wir jetzt an Silage hier? 312.000. Na denn? Dann holen wir mal noch ein paar mehr. Dann fahren wir da jetzt so oft durch, bis wir hier Silage voll haben. Die Hallen finde ich irgendwie ein bisschen krass groß, oder? So, ich meine, da stehen schon so große, so große Traktoren drin. Aber guckt euch mal an, was die für eine Höhe haben. Bin ich schon ein bisschen heftig. Oh, sag mal an. Ah ja. Gut, das sehen wir so. Dann machen wir hier noch mal 66. Sind nur noch 44. Okay, naja gut. Dann haben wir jetzt ein Problem. Dann haben wir jetzt ein Problem, da müssen wir auch mal den Silage machen. Oberhandel brauche ich nie wieder machen jetzt hier. Das ist 17, aber... Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja, das ist gut. Sieht doch ganz gut aus. So, bloß hier wieder eine Zugmaschine herkriegen. So, was sagt denn hier die Produktion? Was fehlt hier denn? Was haben wir hier noch vor allem? 306.000 haben wir noch, Gras haben wir kaum noch, wo haben wir jede Menge, die Blage haben wir auch nicht mehr. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier mal den Krone Big M zu schwingen und die Blageballen zu machen. Ja, heute Abend übrigens Livestream. Multiplayer Livestream. Ich kann euch noch gar nicht sagen, auf welcher Map. Wir spielen ja auf einer neuen Map. Allerdings zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist die Abstimmung noch nicht zu Ende. Und daher kann ich euch noch nicht sagen, auf welcher Map wir spielen. ein bisschen schade, aber heute Abend auf jeden Fall ab 19 Uhr Livestream. ich weiß auch noch nicht, wer alles dabei ist, wie viel wir sein werden. Aber. So. Und mach erstmal so. Ballenpresse anscheiden. Ballen wickeln. Ja, ich möchte Sinageballen haben. 1,5 Meter ist auch wichtig. Pickup senke ich mal. Vorsichtshaber schonmal. Automatische Ballenablage. Sehr schön. Und jetzt? Ich bin hier auf Grasfeld 16. Ich möchte jetzt einen neuen Kurs berechnen. Aktuelle Fahrzeugposition. Startrichtung vorgelände. Ja, möchte ich haben. Drei Stück. Die möchte ich erst hinterher machen. Und jetzt berechnen mal. Und jetzt berechnen mal. So. Wo haben wir denn den Anfänger? Aha. Okay. Na ja, gut. Es ist nicht ganz da, wo ich stehe. Aber. Ich will mich da jetzt mal nicht weiter darüber beschweren. Ich fahre da jetzt einfach mal hin. So. Ich will mal ein bisschen schneller fahren. Ich will mal ein bisschen schneller fahren. Okay. Jetzt. Okay. Wo fängst du jetzt an, machst du das vernünftig? Das wär ja was. Das ist dann so. Natürlich warten langsam. Ist schon richtig. Aber das stört uns ja nicht. Das läuft ja einfach autark vor sich hin. Das ist uns ja eigentlich egal. Sehr schön. Das funktioniert. Wo haben wir denn noch große Grasfelder? Irgendwann gar nichts. Doch die Elf. Lassen wir weg. Ich habe drei Big M. Wo ist meine andere Ultima? Da. Das ist meine Ultima. Und dann brauchen wir hier Aufzug. Aufzug Grasfeld 11. Die ist ja nun doch recht weit weg. Jetzt. Oh. Ups. Achten wir mal. Ja. Liebe Leute. Ihr hört ja dieses Signal neuerdings. Ich erinnere mich ein bisschen daran die Zeit einzuhalten. Weil es doch teilweise extrem ausuferte. Von den Zeiten her. Teilweise hatte ich ja fast 30 Venilen dabei. Und so lange guckt ihr das eh nicht. Die meisten jedenfalls nicht. Einige sicherlich schon. Und ja. Daher habe ich da jetzt immer so eine kleine Erinnerung. Also wenn es euch gefallen hat, wisst das. Kommentar, Like und Abo. Und ja. Ob nicht bei Facebook besuchen. Schaut heute Abend im Livestream rein. Morgen Samstag gibt es wie gewohnt zwei Folgen. Sonntag auch. Morgen wird es wahrscheinlich auch einen Livestream geben. Vielleicht Sonntag auch. Ich muss mal gucken. Ähm. Also diese Woche Freitag Samstag. Äh. Livestream. Nächste Woche ist wahrscheinlich auch Freitag Samstag. So wie es bisher aussieht. Ja. Wir schauen mal. Wir lassen uns da mal überraschen. Ist das hier schon Feld 11? Das ist Feld 11. Ja. Tatsächlich. Das ist Feld 11. Das ist wirklich, wirklich schön hier. Das ist wirklich, wirklich toll. Und äh. Ja. Schaut wieder rein. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.